Musik Heute Nacht hat in Indonesien wieder die Erde gebebt und die Bewohner der Provinz Aze auf der indonesischen Insel Sumatra aus dem Schlaf gerissen. Die Menschen, sie flüchteten in Panik aus ihren Häusern und rannten auf die Straßen. Nennenswerte Schäden gibt es bislang jedoch nicht. Das Hypozentrum des Bebens mit der Stärke 7,3 auf der Richterskala lag 420 Kilometer vor der Küste der Provinz Aze in 30 Kilometern Tiefe. Die Behörden, sie gaben eine Tsunami-Warnung heraus, die Gefahr war jedoch relativ gering und wurde inzwischen wieder aufgehoben. Die Region wurde durch Erdbeben und Tsunami von 2004 sehr stark in Mitleidenschaft gezogen. Insgesamt 230.000 Menschen kamen damals ums Leben. Thomas Dangelder in Kuta auf Bali für Asien Aktuell. Kindleid Musik 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 Bis zum nächsten Mal.